Guten Tag, mein Name ist Bauman, ich bin Lehrer in Berlin und ich mache mir in diesem Video Gedanken über den Hybridunterricht. Sagen Sie, was ist das denn? Naja, Hybridunterricht ist der Unterricht, wenn der Lehrer ganz normal in der Schule unterrichtet und nebenbei zum Beispiel noch eine Telekonferenz läuft, so dass weitere Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus teilnehmen können. Erstmal, die Idee ist ja nicht so blöd, ist ja okay. Sie ist leider sehr aufwendig und wird begleitet von einem Einsatz eines Heeres von Technikern, die das Zeug am Laufen halten müssen. Ich kann ja sagen, können das die Lehrkräfte nicht so nebenbei eben mal mitmachen? Es gibt einige, die probieren es, aber die kommen dann auch ganz schnell in Belastungszustände, wo sie merken, dass es ihnen nicht gut tut. Also die IT zu betreiben, dafür existieren in Großunternehmen ganze Abteilungen, die nichts anderes machen, wie dafür zu sorgen, dass die Computer alle einwandfrei laufen. Und so kann man sich auch beim Hybridunterricht gut vorstellen, was da alles passieren kann. Zum Beispiel mangelhafte Leitungskapazitäten für Streaming, ruckelnde Bilder, ruckelnder Ton, das führt alles zu Stress, den man eigentlich im Unterricht nicht haben möchte. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, das funktioniert plötzlich alles ruckelfrei und gut und super. Natürlich nicht auf Anhieb, das heißt eine ganze Menge von Schülerinnen und Schülern sind dann bereits abgehängt in so einer Phase und kommen dann vielleicht doch lieber in die Schule, weil sie zum Beispiel selbst über eine schlechte Anbindung verfügen oder über keine entsprechenden Geräte, auf denen die Software läuft, die man dafür braucht. Diese ganzen Einschränkungen gibt es. Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, wir kriegen es alles ruckelfrei hin und zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler findet das toll. Glauben Sie, dass Sie mal irgendwann wieder zu einem normalen Unterricht zurückkehren werden? Ich glaube, jetzt hat keiner gesagt, ja selbstverständlich. Warum? Weil solch ein Unterricht natürlich auch enorme Vorteile hat. Weil die Schülerinnen und Schüler, die bereits intrinsisch motiviert sind, die selbstständig arbeiten können, die sich täglich hinsetzen und ihre Aufgaben machen, die sparen sich den weiten Weg zur Schule, die sparen sich das Mobbing von Mitschülerinnen und Schülern. Kann ja sein, ne? Also ist ja gar nicht so selten, dass innerhalb der Klassen auch Gruppenbildungen existieren, die manchmal gar nicht so angenehm sind. Und für solche Kandidaten ist das häusliche Lernen ein Genuss. Und die werden das natürlich auch weiter einfordern. Und das mit allen Tricks, die zur Verfügung stehen. Was weiß ich? Ich habe Angst, mich zu infizieren zum Beispiel, könnte man sagen. Und man weiß jetzt in Zukunft gar nicht mehr, ob die das überhaupt noch ernst meinen oder einfach nur angenehm von zu Hause arbeiten wollen. Muss man mit bedenken, was da jetzt auf uns zukommt. So, was folgt daraus für uns Lehrkräfte? Dass wir uns darauf einstellen müssen, dass ein Teil unseres Unterrichts in Zukunft durchgängig in Form von Telekonferenzen und Videos zu erbringen sein wird. Jetzt gibt es natürlich einen lauten Aufschrei von denen, die bisher alles auf Papier gemacht haben mit dicken Ordnern und Fotokopierer und die gerne in der Schule arbeiten und die vor allem auch die Benachteiligten sehen, die auf keinen Fall zu Hause arbeiten möchten, weil die familiären Verhältnisse so zerrüttet sind, dass man dort nicht vernünftig lernen kann. Es gibt viele sehr sozial engagierte Lehrkräfte, die eben genau diesen Schülerinnen und Schülern bevorzugt helfen möchten. Und die werden jetzt natürlich richtig ein Problem mit diesem Fernunterricht bekommen, der demnächst auf Dauer angelegt sein wird. Das ist meine Prognose. Das ist meine Ansicht zu diesem Thema, weil man diese Entwicklung bereits beobachten kann. Und wenn sie ein bisschen Intuition haben, ihre Antennen ausfahren und gucken, was da kommt und was da vorausgedacht wird, dann ist das die logische Folge unseres heutigen Tuns inklusive Hybridunterricht. Wenn nämlich ein Hybridunterricht richtig schnuckelt und funktioniert, dann gibt es gar keinen Grund mehr, dass man nicht komplett auf Fernunterricht umstellt. Dann ist nämlich bereits das Material so aufbereitet, dass es auch für die Schülerinnen und Schüler verwendet werden kann, die zu Hause sitzen. Wo gibt es die größten Probleme in diesem Fernunterricht und in dem Hybridunterricht? Ich denke mal, das sind tatsächlich die Leistungsbeurteilungen, weil wenn es jetzt keine Videokonferenz ist, wo ich die Schülerinnen und Schüler sehe, sondern vielleicht nur eine Telekonferenz, in der wir sprechen, Discord oder sowas, könnte ja sein, dann weiß ich doch gar nicht, ob die gerade alle fleißig lauschen und mitmachen oder ob sie nur eingewählt sind und was weiß ich, nebenbei eine Runde weiter schlafen oder so. Also eine Folge dieses Fernunterrichts scheint mir zu sein, dass wir wieder ein bisschen zurückkehren zur Form des Frontalunterrichts. Weil was anderes ist das ja nicht, wenn da so ein Alleinunterhalter die ganze Zeit ins Mikrofon quatscht und dann mal fragt, wer ist denn noch da? Habt ihr jetzt mitbekommen, was zum Thema Satz des Pythagoras zum Beispiel erzählt wurde? Ihr sollt jetzt eine Übungsaufgabe machen. Das Übungsblatt findet ihr auf dem Webserver sowieso. Ladet euch das mal runter und dann füllt das mal aus und schickt mir das per E-Mail. So, was passiert? Schüler versteht es nicht. Mama lädt es runter oder Papa oder Großpapa oder wer auch immer Zeit hat, großer Bruder, kleine Schwester. Also die, die in der direkten Nähe unserer Kandidaten sich aufhalten, die wissen, wie man es macht, die machen es dann. So, und dann kriegen wir als Lehrkräfte diese ausgefüllten Blätter wieder zugeschickt und darauf sollen wir eine Note geben. Quatsch. Sollten wir sein lassen. Es ist gut, diese Blätter einzufordern, aber es ist auch gut, den Schülerinnen und Schülern zu sagen, wir werden nicht jedes Blatt bewerten und benoten. Wir machen zwei Kreuzchen für sehr gut erledigt, ein Kreuzchen für ja erledigt, ein Kreis für naja geht so und ein Minus für das war ja wohl nix. Und zwei Minus für da ist gar nichts gekommen. Also so eine Fünferabstufung, die man dann verwenden kann für Notentendenzen im nächsten Halbjahreszeugnis. Also wenn ich jetzt in einer Klausur, die natürlich auch irgendwie zu schreiben sein wird, feststelle, jemand steht zwischen zwei und drei und hat immer fleißig seine Aufgaben gemacht. Dann kann ich sagen, okay, zwei. Und wenn da nie was gekommen ist, naja, dann ist halt bloß eine drei. Dann ist klar, wie das Pendel dann ausschlägt. Okay, warum sollten wir das so tun? Weil der Unterricht, den wir in der Schule geben, der ist nicht dafür da, um die Lehrer rund um die Uhr mit Nonsens zu beschäftigen, weil die können das ja alles, die wissen das ja alles. Das ist ja nichts, wo die was Neues machen. Die kümmern sich also nicht um den neuen Unterricht und denken sich neue Aufgaben dann aus, sondern sie korrigieren irgendeinen Scheiß, wie ein Fließbandarbeiter, der überhaupt nichts bringt. Und den Schülerinnen und Schülern auch nicht erfahrungsgemäß, weil wenn die ihre Note haben, dann legen sie dieses Blatt ab und kümmern sich um die Dinge, die höhere Prioritäten haben, wie zum Beispiel der Test, der Morgen stattfindet. Aber wie kriegen wir es denn jetzt hin mit den Klausuren im Ferienunterricht? Also ich würde mal sagen gar nicht. Für vernünftige Klausuren, die etwas taugen, müssen die Kandidaten in die Schule kommen. Weil das Begleitpersonal, die großen Geschwister oder die Eltern oder die Großeltern oder Onkel und Tanten, die da zu Hause helfen, die sollen nicht mit in die Leistung eingeben. Es muss eine persönliche Leistung bleiben und es muss auch die Motivation bestehen, diese Leistung selbst zu erbringen. Weil es ist doch die größte Belohnung, die man erfahren kann, wenn man selbst merkt, dass man etwas kann. Dass man auf einem bestimmten Kompetenzlevel angekommen ist, der etwas taugt. Also was wird jetzt passieren in Zukunft? Wir werden durch die Bank weg mehr Konferenzen und mehr Videos ins Netz stellen und unsere Unterrichtsinhalte vermitteln. Weil nur über Arbeitsblätter, die man per E-Mail rumschickt, das ist kein Unterricht, sorry. Also tut mir leid. Da kommt gar nichts bei rum. Das kann mir keiner erzählen. Aber was richtig gut ist, sind richtig gute Arbeitsbücher. So wie wir sie früher hatten. Wenn man ein schönes Mathebuch in der Hand hat, was quasi schon die Reihenfolge des Unterrichts vorgibt, wo man sich wirklich mit den Aufgaben beschäftigen kann, die dort drin sind, dann ist das deutlich mehr wert, als frei herumfliegende Arbeitsblätter, die sich gerade mal irgendwie Lehrer ausgedacht hat. Darum hat es ja diese Bücher gegeben. Weil die von einem Team, von Experten zusammengestellt wurden und eine höhere Qualität haben. Und wenn man jetzt an eines von meinen letzten Videos denkt, Blackout, dann funktionieren diese Arbeitsbücher sogar noch, wenn der Strom ausfällt. Ja, man kann sie überall mit rumschleppen. Man braucht kein Smartphone. Vielleicht nimm mal einen Bleistift mit, den man später wieder rausradieren kann, damit man die Aufgaben noch ein zweites Mal machen kann und ähnliches. Bei allem, was ich gesagt habe, das Problem mit der begleitenden Motivation, Motivierung der Schüler zu arbeiten, das bleibt ein Problem. Bei manchen ist die Arbeitsatmosphäre zu Hause nicht vorhanden. Es gibt keine Ruhe. Man wird gestört. Geschwister, Eltern, sonst wie wen. Doch was auch immer. Man kann nicht arbeiten. Das wäre noch zu lösen. Wie macht man das? Ich denke, wir sollten in der Schule Arbeitsräume anbieten, in die die Schülerinnen und Schüler kommen können, die zu Hause nicht arbeiten können. Die dürfen dann in der Schule arbeiten. Und zu den Klausuren kommen sie dann natürlich auch in die Schule. Es ist tatsächlich dann natürlich eine deutlich geringere Virenlast in der Luft mit viel weniger Personen. Man kann irgendwelche Hygieneregeln in der Schule sehr gut umsetzen mit wenigen Personen. Und so können wir dann auch dauerhaft arbeiten. Sagen Sie, warum dauerhaft? Nun ja, das ist jetzt tatsächlich eine Einschätzungsfrage, wie man die Lage betrachtet. Ich habe sehr wenig Vertrauen in die aktuellen Maßnahmen, dass die zu irgendwas führen. Sie waren in der Vergangenheit nutzlos. Sie werden in der Zukunft nutzlos sein. Die Angst wird bleiben. Die Notwendigkeit für Schutzmaßnahmen wird daher auch bleiben. Daher werden wir weiterhin im Fernunterricht bleiben. Darauf haben wir uns einzustellen. Und wir müssen uns Gedanken machen, wie das in Zukunft funktioniert. Und Hybridunterricht wird einfach nur die Zwischenstufe sein zum permanenten Fernunterricht. Der ergänzt wird durch Betreuung von benachteiligten Schülerinnen und Schülern in der Schule und durch Klausuren und andere Leistungsprüfungen in der Schule. Das ist, glaube ich, die Linie, die ich vorschlagen würde, wenn ich jetzt an verantwortlicher Stelle im Schulwesen sitzen würde. Okay, das waren meine Gedanken zur Schule und wie es damit weitergeht. Tschüss! you wir Vielen Dank.